Hallo ihr Lieben, wie der Videotitel schon sagt, ist das die zweite Auslosung zu meinem Fighting 2 Be Free Gewinnspiel, denn die Gewinnerin hat sich bisher immer noch nicht bei mir gemeldet. Und ich habe auf Instagram nochmal was gepostet und 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 ja, die Gewinnerin meldet sich einfach nicht und ich habe jetzt genug Zeit, denke ich, verstreichen lassen und ich möchte die Bücher ja auch endlich gerne loswerden und einem von euch damit eine Freude machen und deswegen habe ich entschieden, ich lose einfach nochmal neu aus. Und in dem Moment, wo dieses Video online geht, werde ich das alte Auslosungsvideo löschen, damit hier keine Missverständnisse aufkommen und ja, das Gewinnspiel von Götterleuchten hatte ich ausgelost, da ist das Buch auch bei der Gewinnerin angekommen, deswegen können wir da einfach einen Haken dran machen und ja, ich würde jetzt das Fighting 2 Be Free Gewinnspiel einfach nochmal neu auslosen und ihr habt dadurch natürlich jetzt wieder eine Chance, das Buch zu gewinnen. Für die erste Gewinnerin tut es mir leid, aber ich kann jetzt hier nicht Wochen und Monate warten, bis sich irgendwann mal vielleicht jemand dazu meldet und ja, deswegen, habe ich entschieden, ich lose nochmal neu aus. So, und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, ich scrolle hier so ein bisschen durch die Kommentare und gucke euch in der Zeit in der Kamera an und halte dann einfach an irgendeinem Kommentar an und wenn dieser Kommentar mitgemacht hat bei dem Gewinnspiel, dann hat derjenige welche jetzt gewonnen und dann ist das Thema für mich erledigt und ich hoffe, dass der Gewinner sich dieses Mal dann auch melden wird, denn es ist irgendwie echt doof, wenn sich der Gewinner ewig nicht meldet und ich habe die Bücher hier ewig und drei Tage zu Hause rumstehen und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so hin und her wackele, ich mache hier gerade nebenbei und wackele hier so ein bisschen hoch und runter und hoch und runter und zack. So. Gut, das war ein Kommentar, der nicht am Gewinnspiel teilgenommen hat. Der hat mir nur zum Geburtstag gerade und jetzt. Irgendwie passiert hier gerade nichts mehr. Hopp. Ha. Okay, ich habe einen. Hast du beim Gewinnspiel mitgemacht? Ja, ich habe einen Kommentar gefunden und sie hat mitgemacht. Und zwar habe ich jetzt hier Stella Star und sie schreibt Happy Birthday, da kommst du hier aus den Fragen gar nicht mehr raus. Ich mache gerne beim Gewinnspiel mit, das ist ja wirklich lieb von dir, dass du den ersten Teil auch mit verlost. Ich lese zwischendurch gerne mal sowas und habe von dieser Reihe... Was? Ich lese zwischendurch... Ich kann heute nicht mehr vorlesen. Ich lese zwischendurch gerne mal sowas und von dieser Reihe hört man ja viel Gutes. Hab einen schönen Geburtstag. Und liebe Stella Star, bitte, bitte melde dich bei mir und ja, du kriegst jetzt die Bücher von mir und für die erste Gewinnerin, wie gesagt, tut es mir leid, aber wenn sie sich ewig und drei Tage nicht bei mir meldet, was soll ich denn machen? Und ja, Stella, ich hoffe, du hast die Bücher dir nicht inzwischen schon irgendwie anderweitig besorgt und ja, schick mir bitte deine Adresse an diese E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir die Bücher zu und wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit den Büchern und alle anderen, wie immer, nicht traurig sein. Es gibt bestimmt noch ein, zwei Gewinnspiele dieses Jahr auf dem Kanal und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!